Willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, wir sind mittlerweile wieder dabei uns an die Hauptmission zu heften. Hier vorne wartet sie auf uns, die Flucht. Da Marie Levesque nun tot ist, ist es eine Zeit für das Treffen mit Elise und die Flucht aus der Gegend. Ja, da bin ich mal gespannt. Erstmal, ne, ich würde sagen, wir springen hier nicht runter. Wo war jetzt das Missionsziel? Nur einmal kurz markieren. So, wir müssen da lang. Okay, das heißt, ach ne, nicht so, verdammt, er sollte nicht synchronisieren. Muckefuck. Oh, da ist ein Heißluftballon. Ich will in den Heißluftballon, bitte. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Uh, Ballonfahren. Was leuchtet denn hier so? Ach, ein Nomad-Punkt, okay. Ja, mit der App muss ich euch leider enttäuschen, das widmen mir nix. Das heißt, die blauen Kisten werden auf der Karte bleiben. Weil irgendwie habe ich vergessen, mit welchem Jubilä-Konto ich mich jetzt hier angemeldet habe. Irgendwie war es wohl doch nicht das Richtige. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Nur wir kriegen halt nicht die 100% voll. Aber egal, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Flucht. Ach du Kacke. Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können. Fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Habt die Seile! Ich dacke dich! Oh je! Ja, da ist unsere Aufgabe ja wohl bekannt. Sie ist aus wie eine verdammte Ratte! Heike dich! Ach, da sind die Seile. Okay. Eins noch. Und dann... Zack! Und los geht's! Ich komm zu dir! Warte da! Ich gehe sicher nicht weg! Das schnellste Weg ist natürlich hier rüber. Das ist wirklich schön hier oben! Das solltest du sehen! Au, was du nicht sagst! Der Wind wird stärker! Beeil dich! Ja, ich tue, was ich kann. Hast du dir schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Was ist das denn? Ach, nach unten geht es meist von allein! Wir werden bald die Dächer rausgeben! Ich hoffe, du hast einen Plan! Wir werden zusehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt auch! Schneller! Wir verlieren sie! Ja, einmal quer durchs Haus hier. Auch sehr geil. Mit denen komme ich klar! Lauf du weiter! Nur leider sollte ich am besten oben bleiben. Halt du das Ding auf! Du! Komm schon was runter! Lass sie! Oh, ich glaube, ich vergeig das gerade richtig. Das schaut nicht gut aus. Auf jeden Fall war schon mal ein Punkt versaut. Wir durften den Boden nicht berühren. Oh, schon wieder! Er hat sich verfangen! Ich will dich nur verfreude! Halt dich gut fest! Komm da runter! Stopp! Wollen wir mal gucken, dass wir das Seil wieder loskriegen. Er rührt sich nicht! Ich glaube, wenn wir das Seil losmachen, fliegen wir direkt mit. Jawohl, so schaut es aus. Arnaud! Geht es dir gut? Oh oh! Oh oh! Das tut weh! Oh! 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 Und wieder hinterher rennen! Muss das denn sein? Was hast du bloß ausgefressen? Ist ne lange Geschichte! Ist ne lange Geschichte! Wir sind hier! Beeilung! Schneller! Ich mach schon so schnell ich kann, Mädel! Das sollte ich dringend mit Napoleon besprechen! Arnaud! Ich kann nicht bremsen! Ah, du kannst auch kein Auto fahren, wenn es eins geben würde. Ah, Mann, 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 Mann! Rennen! Sie ist nicht gerade hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen! Ah! Kommst du nun oder nicht? Nö, ich, äh... Ich schaue mir das ganze Spektakul von unten an! Blöde Kuh! Wir müssen auch eigentlich nur Schritt halten! Du bist ja nicht auf sie drauf! Schneller! Ich! Komme! Puh! Nächstes Mal! Plane ich! Nicht den Fluchtweg! Wunderschön! Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit! Kann... Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir! Glaub nicht! Nach allem, was geschehen ist! Allem, was verloren ging! Also, das war's dann! Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück! Vielleicht gibt es kein Zurück! Aber... Voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende! Elise... Ich... Du hast geschummelt! Du warst zu langsam! Ich liebe dich! Ich... Ich... Das ist nicht romantisch! Ich... 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 Das ist nicht romantisch! Ich... Aber egal! Die Belohnung haben wir trotzdem bekommen! Und weiter geht's! Ich... 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 Ich musste los, du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Ich. Dem wird schon jemand holen. Bestimmt. So, sind wir doch tatsächlich wieder am Theater gelandet oder vielleicht tue ich mich da jetzt. Nee, sind wir nicht, okay. Wo wartet denn die nächste Mission auf uns? Ich sehe ja keine Mission, also kriege ich aber davon aus, dass gleich wieder alles zusammenbricht. Novize, hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Das sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tagboost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Okay. Man hat eben Assassinenfähigkeiten freigeschaltet. Im Fähigkeitenmenü wurden neue Assassinenfähigkeiten freigeschaltet. Verbissete Phantomklinge, das dickste Fell. Giftgas, Schlossknackermeister, das brauche ich auf jeden Fall. Genialenstoß am Boden und Eisenfell. Sync-Punkte, ja, ist klar. Wir haben acht Stück. Und es ist schon mal ganz klar, dass wir uns Schlossknackermeister holen, aber leider eins zu wenig haben. Und für das dickste Fell brauchen wir auch neun. Okay, das heißt wir müssen noch ein bisschen sammeln. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Oh, und da sind wir wieder mittendrin im Spiel. Und? Ja, gekonnt daneben gesprungen. Aber du entwischst mir nicht, Kollege. 4 von 40. Da ist die nächste Mission, wahrscheinlich wieder mit Napoleon, wenn es hier in der Region ist. Tippe ich jetzt einfach mal. Und hier kommen wir per Schnellreise dahin. Und hier kommen wir per Schnellreise dahin. Und hier kommen wir per Schnellreise dahin. Ja. Ja. Ja, sehr schick hier. Einmal abwärts, bitte. Da ist eine Zeitung. Dann lesen wir mal wieder Zeitung, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Le Patriot 1793 König in Paris festgesetzt. Die Versammlung handelt zum Wohle Frankreichs. In dem Wissen, dass die an unseren Grenzen aufgezogenen Feinde Ludwig gerne selbst in die Hände bekämen. Aufgrund der jüngsten Ereignisse hat sich die gesetzgebende Nationalversammlung für nicht regierungsfähig erklärt. Es steht die Wahl einer neuen Versammlung an, die ihrer Aufgaben gewachsen ist. Der Aufwiegler Camille Demulier veröffentlicht weiterhin sein Drecksblatt Leveux Cordellier. Wir können jedem das Recht, seine Meinung zu drucken. Ach, wir gönnen jedem das Recht, seine Meinung zu drucken. Aber hat er nicht schon genug Blut an den Händen, kann er nicht endlich Ruhe geben? Und die letzte Nachricht. Ein wildes korsisches Herz brennt mit wahrem republikanischen Feuer. Den jungen Artillerieoffizier Napoleon Bonaparte sollte man im Auge behalten. Inzwischen ist er in den Offiziersrängen aufgestiegen und diese äh, Citoyenne, äh, steht gewiss einen strahlenden und beeindruckenden Karriere bevor. Wir vertrauen die Republik seinen tapferen Händen an. Ja, Napoleon macht sich langsam. Und wir haben immer mehr Freunde hier, wie es scheint. Überall nur noch grüne Jungs von mir unterwegs. Und wie sie mich alle anschnarren. Was soll das alles? So. Hier ist eine Kiste. War das vielleicht eine Kiste, die ich nicht öffnen konnte, weil... Stufe 3 und so? Oder war das wegen irgendwas anderem? Ich kann mir eigentlich gerade nur vorstellen, dass es wegen Stufe 3 ist. Die Mighty Flavista, die Nati spielt gerade auch eine Runde. Sehr schick. Nun denn, ähm, die Kiste versteckt sich mal wieder vor mir. Na, vielleicht ist sie auch auf dem Dach, aber so hoch war sie ja nicht. Und ich sehe gerade, da ist wieder ein, äh, Massenereignis. Und das ist zwar wieder schnell erledigt. Die Blinden mal kurz aus, die Jungs hier. So, du natürlich auch. Die Triche haben wir bekommen, aber jetzt heißt es erstmal... Auf zum... Eine Einladung zum Abendessen. Ach, da freue ich mich, aber... Macht sich auch gerade so ein leichtes Hungergefühl breit. Wer weiß, was es zu essen gibt. Und wer weiß, wer jetzt zu essen kommt. Jo, dann spurten wir uns mal. Auch sehr schön, dass, äh, Arno und Elise wieder zusammengefunden haben. Was ist denn hier los? Das Volk ist wieder unruhig. Warum auch immer, warum auch immer, äh, ausgerechnet hier? Ich weiß es gerade nicht. Aber wir suchen erstmal das, äh, Weite nach oben. Ja. Da unten ist unser Ziel. Dann, äh, schön schnell durch die Parcours-Taste einmal nach unten. Und da sind wir auch schon. Hm, okay. Legendäre Phantom-Kniehose gibt es zu gewinnen. Als Belohnung. Und, äh, dann legen wir mal los. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? Sieben Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unsucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung. Louis-Michel Le Pelletier. Was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur zwei Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht. Mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldiger. Dessart, Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royale. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Dieser Lustmolch. Mein Lieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig selber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf auf. Ja, da ist unser nächstes Ziel. Und die Nathie, die tritt anscheinend oft einer Party bei. Aber diese Folge werden wir dann hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Assassin's Creed Unity.